das letzte spiel in der sammlung ja das sieht ja schon vielversprechend aus okay ein strategie spiel und ein herrung schafft mehr 1 start ich verstehe nicht ganz was machen wir hier ja da hat sich das game ja gelohnt und zum schluss noch trump versus rocket man ja großartig be a hero us a leader trump and fight against evil korean rocket man army in this top-down strategy train game where you only need use mouse and brains ich glaube kaum dass man in einem dieser spieler brain business use mouse to remove your player characters to right place and stop fight two army hero usa and enemy korean five levels setting menu clever up system different skills und so ich denke die drei euro die ich für die sammlung ausgeben haben sie auf jeden fall ja sehr gut investiert ja ja was genau machen wir hier explosion Ich verstehe irgendwie nicht. Ja gut. Wird mir auch hier gar keine Anleitung geliefert. Ja. Map 2. Trump-Rose-Atom. Äh. Was macht hier? Kann man das hier jemand warten? Was hier tun soll? Ah, okay. Ich kann jetzt also... Ich kann jetzt immer nötig bewegen. Aha. Und wo sind die Gegner? Wo müssen wir hinlaufen? Das sind wo die Gegner. Aha. Okay. Zack. Zack. Da kommt... Zack. Dass der erste tut. Okay. Und du? Das ist mir vor. Raid. Was passiert hier eigentlich? Ja, schön. Ja, Strategie so ein bisschen Schachenfeld mäßig. Ja, verstehe gar nicht, was ich jetzt hier als nächstes machen kann. Das ist einer von Kim und das ist einer von mir. Von Trump. Ich bin hier Trump. Ja. Alles klar. Map 5 pick müssen. Ja. Jetzt können wir hier attacken. Bartkatz. Mach's alle. Jetzt mit einer anderen weiter oder... Was zum Hinkaufen. Ja. Alles klar. Ja, von mir aus. Nicht schwer. Mhm. Ja. 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 Aber ich habe hier mal ein paar Spiele angespielt. Gut. Machen wir Schluss damit. Ist doch nicht besser so. Den starten. Ja. Nice. Ja. Nie Rest. Du bist bist du Unde. Du bist bist du niebezü our Whenever. Ja. Kommande major.